Wannicek Und da kommt Schleusener 1 für Karlsruhe Mittlerweile mit Strohengel für Fink Und da ist Dominik Strohengel Schleusener Marcel Mehlem 2-1 Marcel Mehlem bringt Karlsruhe wieder in Führung Das Trikot wird wohl auch in drei Waschgängen nicht mehr sauber Aber das wird ihm völlig egal sein Unterhachinges Platz Karlsruhe Hat aber noch einen Fabian Schleusener Hat den Blick für Musliat Florent Musliat 3-1 Das war's Ein Blick später der nächste Versuch Diesmal sogar aus rund 30 Metern Und der saß 1 zu 0 für den KSC Marvin Wannicek Der umjubelte Torschützer KSC Blau mit gutem, schnellem Spiel Nach vorne Lorenz, klasse Zuspiel auf Schleusener Das 1 zu 0 für den Karlsruher Sportclub Wunderbares Zuspiel von Marc Lorenz gegen seine Ex-Mannschaft Schleusener mit seinem 9. Saisontour Karlsruhe ist sehr präsent in den Zweikämpfen Das ist Anton Fink und Fabian Schleusener Der Torgarant Der Kapitän Damani von Fortuna leitet das Tor für Karlsruhe ein Fink mit butterweicher Flanke Und Menz, Fortunas Innenverteidiger mit falschem Timing Schleusener unwiderstehend Bader Herrlich auf Fabian Schleusener Lässt sich von Schild nicht stören Schleusener Karlsruhe führt's Die Ballannahme ist Bundesliga-tauglich und der Rest auch ganz überlebt zur Führung Föhrenbach fliegt vorbei Gordon auch, aber Schleusener nicht Ganz cool Mit dem rechten Außenriss bringt er den KSC auf Gott KSC jetzt mit Spielkontrolle Ecke Lorenz Gordon 2-0 Zweites Saisontour für den Innenverteidiger Daniel Gordon Kampf wegbedient von Lorenz mit einer Ecke zum Niederziehen Was ist das denn bitteschön für ein Torjugel Strohengel mittlerweile eingewechselt und gewinnt hier das Kopfballduell und dann der tolle Ball von Fink Der Rest ist die Ruhe von einem der immer trifft Schleusener Schlecht verteidigt Schleusener mit dem Ball am Fuß unterwegs immer noch Überzahl bei den Gästen und trotzdem der kluge Pass auf Burak Chamoglu Der lässt den Keeper aussteigen und schiebt aus ganz spitzen Winkel Super technisch gemacht Und wieder ist es Wanicek Mele mit der Kopfballverlängerung und Piszotz Da ist der Kapitän und macht das 2-0 Wanicek mit der zweiten Ecke in Folge Kopfballverlängerung Mele und dann steht da Glockenfrei am 5-Meter-Raum Die Heimschlag der KSC ist die Vorentscheidung Nächste Ecke 10 Minuten später Nachschussmöglichkeit und dann ist es Fehrenbach der da unten am kurzen Pfosten blank steht nicht gedeckt keine Abseitsposition Ciamoglu Easy gegen Kurz und in der Mitte keiner beim Torjäger Fabian Schleusener mit dem 1-0 für Karlsruhe Keiner bewacht den Top-Torjäger der Badener Saisontreffer Nummer 14 Erbwurz Fällig von der Rolle Defensiv in der Anfangsviertelstunde und das wurde gleich 2-mal bestraft Daniel Gorda und den ersten ließ er liegen Wieder Wanicek, Möckel Schauen Sie mal auf den Mann in der Mitte Der kann nicht mehr Der kommt dem Schleusener nicht mehr hinterher Und dann ist es passiert 89. Spielminus Das Umschaltspiel Eine Spezialität der Badener Fink nimmt Mousselia mit Anton Fink Fantastisch Applaus-Applaus Der Karlsruher Klatschkreis bejubelt das 1-0 und das Ende einer langen Durststrecke Anton Fink der den Angriff selbst einleitet blieb in den vergangenen 14 Spielen ohne Treffer aber jetzt ist klar er kann es noch und zwar ansatzlos und das ist jetzt ein 2-0 und das ist die Was macht er denn? Eins von Karlsruhe. Ein Ball Karlsruhe. Eine Aufgabe für Marvin Wanicek. Schleusener 2-0. Wieder rüber auf die andere Seite. Wanicek. Und dann steht Führenbach frei. Die Entscheidung. Aber der Spielverderberplan war nach 18 Minuten dahin. Dann schlug Torjäger Schleusener zu. Brinkis ohne jegliche Chance bei Schleuseners 17. Saisontreffer. Mit Wanicek. Und Fourier. 0-1. Die 54. Minute. Ecke Wanicek. Und Gordon schraubt sich hoch. Das 0-2. Und das ist gleich einer der Neuen. Anton Fink geht zu drauf. Eher für den angeschlagenen Schleusener von Beginn an dabei. Und das ist Fourier. Was für ein Auftakt im Wildparkstadion. Wir sind bereit für die Renegation. Und das vom Anstoß weg. Zwerger. Viel zu nachlässig. Fink stört erfolgreich. Er hat sofort den Blick für Marvin Poirier. Ist für mich ein Foul. Somit der Elfmeter aus meiner Sicht berechtigt. Strafstoß von Marvin Wanicek. Ab durch die Mitte. 2-2. 2-3. 2-3. 2-3. Geile Atmosphäre da draußen. Die Kulisse ist sagenhaft. Unsere Fans machen Stimmung. Wenn man die Fans sieht. Kompliment. Das ist eine Choreo. Sie hätten sowas geiles gesehen. Das macht einfach Bock da aufzudänen. Und... Yo! Da ist der Quatsch. Drinnen in den Pfosten. Da war gar nichts zu halten. Ein Klassischuss von Marvin Wanicek. Zwei zurück. Karlsruhe. Marvin Poirier. Ui! Das war... Klasse Tor. Weltklasse Tor hier. Mann, so ein kleiner Ronaldo hier bei KSC. Ist ja ein Ding. Fabian Schleusener. Wiederschön Schleusener. Diesmal der Vorbereiter. Dieser Fallrückzieher Schleusener. Jetzt als Vorbereiter. Ich bin ja nicht. Ich bin ja nicht. Das war richtig. Ich bin ja nicht. Ich bin ja nicht. Bis zum nächsten Mal.